Willkommen Leute zu einem neuen Video mit der Amiibo-Party. Nein, die Mario brauche ich jetzt nicht. Okidoki. Ich muss jetzt aber mal kontrollieren. Bis gleich. Also Leute, wir sind jetzt fertig mit der Auswahl. Es ist eine Überraschung, aber nicht wundern. Es ist eine Überraschungsparty, hieß es mal. Jetzt kommt Donkey Kong, also Esel-Kong an die Reihe. Nein, einmal Mario-Brett. Nein, ich wollte das schon ganz, weil es wird jetzt zum Netzwerk. Und jetzt passt auf Leute, wir haben nur Marios. Ich bin wieder der letzte Junge. Nein, du bist immer noch der Tag. Mario, Tobis letzter. Der Gamerboy ist noch nicht da, ja. Ich hoffe mal, dass er gleich kommt. Und weil wir jetzt Marios genommen haben, deswegen steht jetzt auch drüber COM4. Damit wir wissen, wer, wer, wer ist. Mario, nöööö. Moment mal. Das ist mir meine Plusmarke ein. Aber woher weiß ich, wo ich bin? Plus eins? Mal gucken, was drin ist. So, mal sehen, was ist das so große Schuhe und ich... Was? Nein, Kordo. Ich fehl. Nein, Kordo. wenn du da schon besser die war die muss das wieder richtig fixieren ja so Los! Setz es er noch dran. Eine 2. Bewegt ihn zu. Bewegt ihn nach da hinten zum Warp. Warum? Weil es geil ist. Lolo! Damit er einen Stern bekommt, oder was? Pfff! Mario vs. Mario! Ich gegen euch! Du willst nicht da! 1 Mario vs. 3 Marios! Denn wir siegen, kriegen alle plus 5 Münzen! Nenn du siegst 15! Ja! Junge! Aber ich glaube, nur Coom 4 und du können können euch passen. Weil ich kann ja nicht 2, weil ich kann mit ihm gleichzeitig steuern. Hä? Wie geht das? 1 oder 2. Ich kann ja nicht bei dir gleichzeitig steuern. Das wäre jetzt auch nicht aus passenden Minigame gewesen. Mal gucken, ob wir gleich ein besseres kriegen, ja? Das ist scheiße, wenn Gamer Busch nicht da ist. Dann sollte der nicht mitspielen so lange. Das ist scheiße! Ja, das siehst du doch auch an, dass es scheiße ist, oder nicht? Das ist scheiße, oder? Siehst du doch auch an, dass es scheiße ist? Ja, also ich sehe das schon ein bisschen an, aber ich hoffe mal... Aber dass du dich dann noch extra gewinnen lässt, ist schon arrogant. Arroganz? Ja, schon arrogant. Dafür kriege ich jetzt noch eins. Lol. es ein die 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 Welt aber in der Welt aber eingeschult um die Welt aber eingeschult um nach unserer schulzeit wir haben dann einfach mal fünf oder sechs stunden direkt am anfang nein ihr bekommt nur eure bücher und so wir haben schon bücher aus der zweiten stand haben dann können wir den kann ich mich gern doch kannst du kannst du ich hab genau 25 wenn das steht kannst du den nehmen dann nehmen wenn er so steht okidoki immer also mit den viermal ist es schon beschissen kompliziert ich hoffe mal dass der immer wieder kommt aber auf jeden fall jetzt erst mal noch ein weil wir spielen also wir tun jetzt mal so als spielt das kann ich gut das kann ja auch gut ist ich habe ich da ja war ja gescheit hier haha Mario gegen Mario 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 und Mario gegen Mario 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 und Mario gegen Mario Leute also müsst ihr jetzt gucken was da für Motive sind also müssen wir dann über den Platten suchen das lasse ich für dich danke zweitens ich bin wieder mein vierter ich bin wieder mein vierter Ende ich bin letzter nein du bist zweiter wow nice ich krieg von München guckas 3 guckas 3 du bist noch äh zweiter korrekt das ging war cool das ging war cool mhm wer findet das bisschen nicht cool die 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 da ist nicht auf homilie kann man ja muss schon auf das feld kommen seht ihr recht diese bahn leute ich fährt die ganze umkreis da ganz rechts sind rechts oben eine marke benötigt gerade nicht kanonen fahrers ja auch wer wird zu schießen ach so nee ich weiß wie das jetzt ging du du wirst nur wieder zu dem typen gefördert und gerade hin möchtest also zu mir wolltest du weil ich münzen wollte okay einfach nur münzen hallo kann ich für tobi fliegen ich lass den mal da einfliegen hihihi kriegt er erstmal für minus coins ok hey gamer wurde beendet von ihm kannst du fangen naja das kann ich fangen weil ich mich aufgeregt tschuldigung du hättest doch einfach einen cut machen können dann bin ich nachher sagen können was los ist so leute auf jeden fall ist der gamer wo ich jetzt wieder da ähm du hast den war bekommen wo ich zu hin was war überhaupt los warum sind alle mario deswegen weil ich eine überraschung hatte überreifung ist nie fahr die halb oh dann und wie verdammt runde fähr runde fähr h ihr beide und ich mit computer mario yes die direkt dann wird es auch aufgeteilt jeder fünf von sieg ist jeder zehn jeder zehn pro sieg solche auf discord angeschrieben ja leute ich werde vielleicht bald wer discord kennt da werde ich vielleicht bald einen server machen das nämlich ein chat für gamer als wer da beitreten möchte da könnt ihr da kann ich euch erstmal den link auf youtube schicken also wirst bescheid da kann ich euch meinen server schicken da kann ich euch meinen server link schicken und dann könnt ihr dabei treten ist ganz easy ach nee nein komm steh rein ja warum wir piepen da die uhr um hier warum weil da ein timer eingestellt wurde vor ein paar tagen ja für was denn weil die dann mal piepen sollen ne wofür das timer ja 20 vor wegen dem geburtstag damit wir es nicht verpassen es geht doch gar nicht mit der lenkung doch du musst einfach nur in Richtung Ball lenken und dann ein tor machen ja weil ihr mich immer alle wegkickt ja nein dann hörst du das bitte oh fuck ich bin extra mit der nummer weggefahren ok doodle turnen finden ist beliebter als doodle jump und zwar um drei leute tausend egal hol dir das trotzdem alter der gibt eine app die heißt doodle gott tm und doodle gott tm hd von den gleichen wicklern kostet 1,9 und das hd kostet 1,79 und das doodle gott ohne hd ist beliebter weil es günstiger ist wahrscheinlich als das doodle gott hd scheiß bibel gott hd schweig spiel es nicht immer auch mit der grafik alt von lari du benötigst leider keine 20m und sein, ansonsten stehlich warum bin ich eigentlich? Ich muss mir eben weder machen. Alter, was gibt's so für Benauen? Was gibt's? Das, was oben steht, das ist unser Wi-Fi-Internet-Passwort. Und das, was da drunter steht, dann musst du dann eingeben. WLAN. Äh, hinzu. Ja, ich hab den ersten Stern. WLAN hinzufügen. Netz SSI. Ich muss eure obere eingeben, damit ich's machen kann. Die Netz SSID. Das heißt, die muss nicht. Wie sind die jetzt erste? Nein, du musst die suchen und dann musst du die untere eingeben. Nein, so heißt unser WLAN. So heißt unser WLAN-Netz. Und darunter ist unser WLAN-Passwort. Quasi. Zu wem willst du hin? Also muss ich erst das WLAN-Netz eingeben. Also hier den Namen von euch. Warum WLAN? Damit ich das überhaupt weiß. Zeig mal. Ja, hier guck. Nenn es SSID. Das ist die SSID. Da ist das Passwort. Das heißt, du musst die SSID eingeben. Aha. U-P-Tinker-Bell. 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 Brr. U-P-Tinker-Bell. Kannst mal bitte würfeln. Kannst mal bitte würfeln. Hauhauaukay. Hallo Gamer ! Ja, tubeslaw IMX! Afterwards for eBay. U-P-Tinker-Bell. Uch, sah nur? Uee-Ham, Discord. U charts Ariel abschlus 라고 Farbe. Großen discussingissaus Kuss killed охmer. Wer? Hauhau. Jaha, guli στο Faisont mode Iinhov. Hu encounter you. Ush, taura. Ging suggests SWAiri Es ist aber trotzdem ein letzter. Loll Prozent also wird den Wappen einstellen er heißt dann mal hinter euch jeder gegen jede Hälfte Ich hab eures jetzt. Ich muss nur noch warten. Aha, das passt aus. Ich hab selbst Mönchen. Bienenblockkarte. Da muss man halt eins einfach springen, ne? Oder? Ne, mit zwei. Jetzt musst du aufpassen, also ich darf sich nicht von den Bienen treffen. Wisse, da ist schon ein erstes Leben weg. Toller Beginn. Und bei Tobi auch. Juckt mich nicht. Ah, scheiße. Oh, das war nie. Lasse, ihr seid schon raus. Ha, ich bin verbunden. Ich komm's nicht. Was machst du? Dein Arsch? Das bitte ich nicht bei meinen Videos erwähnen. Das ist nämlich verboten auf meinem Kanal. Ne, weißt du was, das mach ich ja. Wo ist euer Router? Dein Arsch. Wo ist euer WLAN-Router? Dann hab ich besseres WLAN. Dazu mach ich mal die WLAN für. Ich brauchst du mal fragen, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Nein. Doch was. Na komm. Ich setz mal eben das Totbrett ein. Kann ich eins aussuchen, wo das denn kommt? Nein. Da wo die Bananen ist. Das ist random. Das kann ich dir entscheiden, dass... Das kann ich dir nicht entscheiden, dass es random ist. Schlussfass. Nein, 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 nein. Die beste Ecke. Ja, das ist so geil, diese Ecke. was hat und ja 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 okay okay du hast einmal doppelwürfel bei dir im lager hat gesagt hier gibt es nirgendwo empfangen wir hätten keine hat ich aber im haus habe ich am meisten dahinten weil da der wlan in der nähe der küche nein im wohnzimmer doch habe ich erst mal schön umgekickt bei mir ist es immer so bei mir ist es immer so ich muss immer erst wlan suchen dann steht bei mir zum beispiel upc dann muss ich darauf drücken dann muss ich nur das untersteig eingeben damit schon verbunden ich habe mein handy so haben gehabt das hilft dann habe ich am besten empfangen alle nein spiel doch mal mit junge muss man hoch machen damit er springt ja also hoch machen und dann bei b drücken wenn die man in diese dinge kommt also wie man sie nennen soll manchmal springt er auch nicht ja du musst du richtig kraft anwenden ja jetzt habe ich jetzt habe ich mich selbst vertandelt auch mal nicht reagiert schon wieder nicht manchmal reagiert man ja echt nicht ja meine reagiert manchmal überhaupt nicht vor allem bei den doppelten da macht manchmal schlag ich immer so so doppelt mit der hand gar nichts ja gewonnen ich bin letzter ja du bist zweiter tobi ganz knapp hinter mir tobi ich werde immer bei sowas letzter ich kann aber nicht schütteln warum nicht wenn ich einmal abrutsche um mich hier gehen dann habe ich dann nach 10 tausend stunden schmerzen 10.000 ja hast du das doodle jump easter special was für die easter special hast du das normale doodle jump weil bei mir steht gerade ich kann das nur mit dem spielen das oster oster ne ich hab das normale ja dann ist das wahrscheinlich nur ein spiel wo man nur das oster machen kann ne ich kann das oster auch so das war das war eine neuere doodle jump version und daher aua schmerzen sind da und hab sie wieder ruhen roulettenfässer roulette fässer oh sieht schlecht aus nein sieht gut aus mein name mein name mein name mein name mein name nein ich will nicht doodler heißen hm ich kann bei beiden dann nennen duodler 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 wo willst du bitte ich nehme ich bin tix bin tix ja bin tix bin tix bin tix bin tix tausche platz mit einem anderen spieler natürlich mit mir dann stehe ich ja jetzt wieder auf besonderes ereignis ja ne aber du kommst das nicht mehr mr mask ja komm wie gemacht schon nein nicht den lol wirklich ich habe gesagt wir sollten nicht meine spezialwürfel benutzen ich habe es nicht gemacht das hat er gemacht oh ja meint ihr es interessiert mich ja ich hätte ihn gerne wann anders eingesetzt ja das ist nicht witzig ich meine es schon ernst wenn man es bei dir macht fängst du an zu flam und verpuren es einfach was yes wenn man das bei dir macht dann fängst du dir an wieder an zu flam oder einer anzugreifen das ist auch schon getan mit viermal muss das auch scheiße das muss ich aber auch noch nicht mehr sehen das ist wir können jetzt alle auf die kopf ja komm hier noch ja scheiße wo bin ich wo bin ich ich sehe nichts mehr fuck ich sehe nichts irgendwo bin ich hallo ich sehe nichts also ich kann gar nichts mehr sehen da kommt ein biggie da kommt biggie da kommt biggie Leute die biggie heißen Leute du hast gewonnen na gut wir haben beide Zweiter Mami und Gas 2 ich bin sehr gut Computer 4 hat ich verkackt ich war so ich bin sehr gut aber der hat auch immer die Hopfen die Hopfen im Wind weil die Hoch und Sonne sind weil die Hoch und Sonne sind manchmal ist das richtig Ding manchmal ist mir ständig auch dumm ja ja klar ich meine das ist echt Blödsinn was ihr macht ich bin so vernünftig weh ich bekomme jetzt keine 3 du bekommst jetzt keine 3 du bekommst jetzt keine 3 tschüss yeah it is du weißt warum ich jetzt fliegen gehe weil du zum nächsten Stern willst ne weißt du aber wäre ich nämlich weiter gelaufen dann wäre ich zu diesem Bowserfeld gekommen ich gehe mal zu dem Mr. Mask extreme ja ich sag hey tschüss Mr. Mask noch nicht nicht ich f*** es nicht warb geht von mir boah ich habe mich jetzt ein Wort bitte hm warum habe ich jetzt ein 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 Wort bitte ich habe doch nicht gewürfelt äh egal 48 ostereier 48 ostereier hast du schon? ja b aber ich geh doch lieber in die halloween map b bitte, damit wir weitermachen können ich geh lieber in die kraten map ich bräuchte jetzt exakt einfach mal was ninja elf helder um da hinzukommen ja äh so 11,5 so, 11,5 12,5 ja, 11,5 ja mit so einem Würfel kommst du auch nicht hin aber ich muss 6 Würfel zahlen sind in der ähm sind in der ding wuuuh michel sind in der japanwelt die ähm also in der ninjawelt sind da diese komischen coins sind da die coins so wie die süßigkeiten in japan äh in halloween map ne das sind so japanische ja aber haben sie die gleichen zweck ja ja stopfen mr mess kannst du mal bitte würfeln ja mach ich mach ich ja der hat jetzt nur normalen Würfel gemacht ja aber wenn ich sag mach ich ja dann sollte man jetzt aufpassen und ich da doodle jump spielen das ist albern äh nein wieso äh doch ja 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 hier auch mal schon wieder dieses glücksspiel das ist kein glück das ist nicht um das können das ist glück ein bisschen können ein bisschen glück ja die mitte ist immer das best die mitte ist ja nicht immer das beste das ist das genau die 30 bei mir läuft jetzt ist der märz extrem dran mal sehen was er so zaubern kann hier siebzehn herrlichen glückwunsch hey was kann ich gleich in sessen kacke diese wörter so nun angehen über meinem channel jungen an alle die das gehört haben die bösen wörter gehen wie gesagt schon an meine auch in den kranken zuschauen letztens haben wir gesagt die gehen nicht an deine jetzt auf einmal wieder läuft ich bin ein bisschen an meine und die lieben würde gehen an gar kein ich habe ein extra abgeschrieben der wird langweilig du bist letzter übrigens ne ich nein tobi aber ein punkt hinter mir ist auch ganz klar auch ganz stark ganz stark hier aufnehmen ein spuren das ist halt einfach schön entspurt 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 es ist zwei würfel doch mal bitte sieben ok 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 einmal kurz sorry leute kleiner joke ich habe eiskalt vorhin die Mütze so vor dem Fernsehen geworfen dass Mr. Max Extreme das Kamerauntergefallen ist auch Handy genannt in der Tat ist der am Disco hier das freint das geht ich habe mein Handy in der Hand nein ist er nicht ja aber wäre man ich wollte doch nicht auf den Stern ja komm ich habe noch genug genug Kohle ja das wird